Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Donnerstag, der 9. November 2017. Ihr hört die Geek Talk Daily 243 und herzlichen Dank allen, die mir gestern mitgeteilt haben, dass ich das falsche Datum im Kopf und dann schlussendlich auch in meinem Mund und ja, hier in der Aufnahme hatte. Entschuldigt vielmals. Meine Themen heute Flixputz, Amazon Fresh, Facebook Money, Snapchat verliert, Twint, Instagram-Stories, Angriff auf Samsung, Facebook und die Nacktfotos, Swisscom und Ericsson sowie iOS 11. Dann wollen wir doch gleich mal durchgehen. Bei Flixputz will man ja fleißig expandieren hier in die Schweiz. Schaffen sie es nicht wirklich ein bisschen durchfahren und solche Geschichten. Geht aber nicht sonst so, wie sie es gern hätten. Jetzt geht man in Richtung USA. Da scheint es einen grösseren Markt zu geben. Ist auch ein bisschen ein grösseres Land, was das anbelangt. In den Staaten haben sie Amazon Fresh an gewissen Orten eingestellt. In Europa anders, denn hier wird fleißig ausgebaut. Neu dazugekommen ist, nachdem das nur ein Gerücht war, jetzt bestätigt München. Ab sofort kann man da aus 300.000 Artikeln auswählen und ja, fleißig shoppen. Viel Spass, lieber Münchner. Geld ausgeben muss man zum Beispiel eben für solche Dinge, wenn man es anders möchte und einfach einem Freund ein bisschen Geld geben möchte, weil man zum Beispiel zusammen Nachtessen war und einer hat bezahlt etc., Kino und so weiter. Ihr kennt die ganzen Szenarien, die es so gibt, wie die dann beworben werden. Dazu gibt es jetzt Facebook. Ich weiss nicht, wie der Dienst heisst, aber Pay, also so bezahlen über den Messenger, hat neu gestartet in Großbritannien und Frankreich. Da dürfen wir mal gespannt sein, wie lange das geht, bis es dann schlussendlich auch bei uns hier ist im Dachraum. Bei Snapchat hat man fleißig verloren und zwar 40 Millionen mit unverkauften Spectacles. Spectacles sind für diejenigen, die es immer noch nicht wissen, die coolen Brillen, die sie haben. Achim und der Jan haben ja jeweils so eine. Jetzt schaue ich mal, vielleicht gibt es die ein bisschen günstiger, dann nehme ich auch was. 300.000 Stück wurden anscheinend nicht verkauft von den Teilen. Na dann. Zurück zu Facebook, genau gesagt, bei Instagram wurde ein Limit aufgehoben und zwar bei den Instagram Stories, also diesem Snapchat für Instagram, gibt es jetzt kein 24 Stunden Limit mehr. Also jetzt könnt ihr euren Freunden alles mögliche auftischen, nicht nur mit Fotos vom jeweiligen Tag, sondern auch drüber hinaus. Ein Unique Feature. Mal schauen, wie lange das geht, bis vielleicht mal Snapchat zurückkopiert. Bis an ihn musste Samsung hier in Europa keine Angst haben von Xiaomi, denn ja, in Asien müssen sie das schon, denn da sind sie fleißig am Gas geben und das gleiche tun sie jetzt auch hier in, wie gesagt, in Europa, nämlich mit einem Markteintritt und zwar in Spanien. Vor kurzem hatten wir ja schon mal in den Oststaaten irgendwas gemunkelt wurde, jetzt ist wie gesagt Spanien mit dabei. Mal schauen, wie lange das geht, bis sich das Ganze ausweitet und schauen mit ein bisschen mehr rundherum um sich schlägt. Da könnte es dann gefährlich werden für Samsung. Facebook möchte eure Nacktfotos haben und das nicht, damit der liebe Herr Zuckerberg Freude haben kann und ja, keine Ahnung. Schliesslich, es geht darum, um eure Sicherheit. Denn, wie ist so schön, wenn man sich trennt vom Partner und oder Partnerin, kann es immer wieder mal vorkommen, dass dann irgendwelche Nacktbilder irgendwo im Netz landen und man die nicht mehr löschen kann etc. Jetzt hat sich Facebook und die australische Behörde ausgedacht. Man könnte es umgekehrt machen. Schickt uns mal eure Bilder. Wir machen dann Hash. Also, ja, wir schauen dann, dass wir euch wiedererkennen. Sollte wieder mal in Bild kommen, dass ähnlich eures aussieht, kann derjenige das dann nicht versenden, weil es eben ihr seid. Grundsätzlich eine, ja, nicht doofe Idee, aber irgendwie dennoch, ja, speziell würde ich doch sagen. Wenn da mal dann nicht plötzlich die ganzen Bilder online gehen, die Facebook so bunkert. In der Schweiz wird 5G. Ihr mögt euch an 4G erinnern. Die einen haben es, die anderen weniger. 5G ist ja die nächste Standard Gigabit LTE und eben 5G. Schon eine geniale Geschichte. Bis Ende des Jahres soll in der Schweiz zusammen mit Ericsson von der Swisscom aus an elf Standorten ein 1 Gigabyte pro Sekunde LTE ausgebaut werden. Ich glaube, ich muss umziehen und mir so einen neuen Router von AVM zulegen. Die haben jetzt so einen LTE-Router. Das wäre sicherlich noch spannend. Na dann, das letzte News oder die letzte News. Es gibt immer wieder die Zahlen nach neuen iOS-Versionen. Nach wie vielen Tagen, dass sie gewisse Marken, also Marken, Meilensteine erreichen. Mittlerweile ist so über 50 Prozent, 52 um genau zu sein, haben iOS 11 installiert. iOS 10 sind es noch 38 und 10 Prozent darunter sind mit anderen OS-Versionen noch unterwegs. Somit, ja, deutlich, deutlich über den anderen Zahlen, aber das muss ich nicht wiederholen. Schöne Zahlen würde ich doch sagen, oder? Gibt es für euch einen Grund, nicht zu wechseln? Habt ihr Apps, die nicht mehr funktionieren? Wegen 32, 64 Bit und so weiter? Gerne mal in die Kommentare oder via Social Media. Ansonsten, ja, wie immer, euch noch einen erfolgreichen und schönen Tag. Morgen hört ihr mich das letzte Mal, dann ist Freitag und wir gehen schon bald ins Wochenende. Euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.